Guten Morgen ihr Lieben, Willkommen zu einem neuen Schminkie von mir, mit mir und so weiter. Das ist mein Kucke, irgendwie sitze ich nicht so richtig. So, wie immer habe ich keinen Plan, was ich schminken soll, kann, muss, will. Das nicht, das nicht, ich sortiere mich eben aus, das nicht, das weiß ich noch nicht, fangen wir an mit den Augen. Zack, oh jetzt hängen wir doch überall hier. Also das Make-up von gestern, das Augen-Make-up, muss ich echt sagen, fand ich echt gut. Kam auch gut an. Die Kinder in der Schule haben mich auch angeguckt, aber nur, weil ich so schön gefunkelt habe. So, das haben wir schon mal gemacht. So, so lassen wir das jetzt hier. Hinselchen. Aber heute weiß ich echt noch nicht, was ich machen soll. Ob ich noch mal mit Glitzer arbeite oder nicht. Das ist ja schönes Wetter, da könnte man noch mit Glitzer arbeiten. Ist jetzt nicht so, dass ich nur an schönen Tagen mit Glitzer arbeite. Muss mal gucken. Ach, ist das alles schwer. Oder arbeite ich blau, Lila? Oder arbeite ich blau mit Lila? Ich nehme als erstes mal hier die Farbe. Dann nehme ich den Punsel. Hier meinen. Manchmal ist man hinterher selbst gespannt, was man da so zaubert. Ne? Meine kleine Sänger, wenn der Spiegel in die Hand. Gut. So. Was meinst du denn? Du hast es vergessen? Auge 1 ist schon mal fertig. Und da wir jetzt zwei Augen haben, mache ich das natürlich auch noch. Wenn ich immer die schönen Videos sehe, wo die Frauen sich so mehrere Farben aufs Auge schmieren. Ich sag ja, wenn ich nicht so Schiss hätte und alles, ich glaub, da würde ich mir hier den Speck wegmachen lassen. So die Augen nach hinten, nach oben liften lassen. Nee, glaub ich, würde ich noch nicht mal machen. Aber ich bin neidisch. Neidisch auf die Frauen, die das so schön haben und freue mich natürlich, dass die das so schminken können. Wie ich das jetzt nicht kann. Aber da muss man durch. Ganz ruhig, Steffi. Ganz ruhig. Musst du euch jetzt mal den Spiegel den halten? Sieht ja gleich aus. Oh, wartet mal. Ich hab jetzt echt gedacht, das hat an die Tür geklopft. Naja, Einbildung sind auch Bildung, ne? Ich denk doch, kann man so lassen. So, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt nehme ich mir den Blenderpinsel und ich hab die schöne Palette genommen, hier unten das Blau. Gib mir den ins Äußere. Oh, die dukt gar nicht verkehrt. Ui. Rüstacken und in die Lidfalte verblenden. Alles gut? Du musst einen Schluck trinken. vor allen Dingen sollte man schminken mit sauberen Pinseln. Nochmal. Ist das ein gutes Zeichen? Klar ist es das. Ähm, Harz, hältst du die Flasche auf dem richtigen Winkel? Weißt du, naja, ich hab ein bisschen im Internet recherchiert und da haben die das so gemacht. Siehst du, ist das nicht besser? Ich glaub, das Kohl macht es wohl lieber. Das hat gar nicht euren Vater gerade bei einer Pferdesache korrigiert werden? Ja. So, andere Ouge. Oh ja, Vanessa, bitte. Hey meine Kleine, ich hab hier was für dich. Frische Milch. Mh, lecker. Hast du Hunger? Ja, aber natürlich hast du Hunger. Also ich glaube, das helle Blau hab ich ja wenig zu hoch gemacht. Ja, ich denke, sie mag jedem, der sie füttert. Sie macht sich richtig gut. Und wenn du sie hinter ihrem linken Ohr kaufst, während du sie fütterst, ist sie sogar noch besser. Soll ich dir zeigen? Ist schon okay. Ich weiß, wo ihr Ohr ist. Ist was? Du kaufst nicht. Genau. Und vergiss nicht, es ist wichtig, ich war schon richtig ich finde das aber so toll. Dann mal Fallout wegmachen. Wobei. Dann mal das Auge rausholen. Jetzt nehme ich mir mal mit dem Finger auf. Uh. Wie läuft's denn so, Mama? Alles gut. Und wie geht es dem Voren? Es bringt einen oft zum Lachen. Es hat eine sehr starke Persönlichkeit. Es hat so eine witzige Sache gemacht, als ich... vor allem unterm Auge sieht er wundervoll aus. Das hat Vanessa schon gemacht. Sie war vorhin im Laden. Oh, Vanessa hat das erledigt? Nur keine Sorge, ich übernehme von jetzt an. Vanessa versteht doch gar nicht unser System. Dann mal so. Das hat Vanessa schon gemacht. Das hat Vanessa schon gemacht. Sie war vorhin im Laden. Das machen wir mal ganz kunterbunt. Nehmen wir hier oben von dem Rad. Wow. Uh. Okay. Aber ich mach's morgen als erstes. Versprochen. Die Farbe sieht gut aus. Versuch's mal so. Lehnst du dich nach vorne beim Füttern, kannst du ihr direkt in die Augen sehen. Und das hilft euch dabei, eine Bindung aufzubauen. Hä? Das ist ein Scherz. Oder? Komm schon. Komm mit in deiner großen Schwester. Vertrau mir einfach. Okay. Wenn du es sagst. Wenn wie? Ich brauche die Liste der Herkunftsgeschichten. Stimmt. Die Liste. Es tut mir leid, Mama. Ich hab's schon wieder vergessen. Und jetzt fängt auch noch meine Schicht an. Ich mache es danach. Es wird langsam ein bisschen eng. Dann mach ich eine Doppelschicht. Ehrlich? Bist du sicher? Ja. Geh nur. Ich fang gerade an, richtig gut zu werden. Jetzt weiß ich ja auch, wie ich sitzen soll. Danke. Du rennst mir das Leben. Manchmal, aber nur manchmal, dreh ich ein bisschen am Lört. Ihr bitte. So. Jetzt nehme ich hier diesen hellen blauen Ton. Hellen blauen Ton. War das deutsch? Fast in den falschen gegangen. Nehme ich den Ton? Ne, den nehme ich nicht. Entschuldige Mama. Ich nehme diesen Ton hier. Gehe ich mit dem Finger rein. Ich habe mich leider gar ruhig. Sie hat plötzlich angefangen zu husten und nicht mehr aufgehört, egal was ich gemacht habe. Das ist nicht deine Schuld. Aber es ist mit meiner Schicht passiert. Das hätte jedem von uns passieren können. Stimmt's, wenn... Es ist meine Schuld. Ich hätte dich nicht meine Schicht übernehmen lassen dürfen. Jetzt seid ihr beide unrecht. Niemand ist schuld. Das Problem ist ihr Immunsystem. Es ist noch zu schwach. So, jetzt testen wir die Haut. Wie gesagt, ich habe das auch alles noch nicht probiert, gemacht, getan und so weiter. Nehme ich wieder den Pigmente-Kleber, wollte ich gerade sagen. Also ich bin auch perfekt, wenn man mir zuhört. Na gut. Verwaiste Fohlen sind extrem anfällig. Manchmal läuft es einfach nicht so wie erhofft. Auch wenn jeder sein Bestes getrieben hat. Das dürft ihr nicht vergessen. Äh, äh, Paps. Das wird mit diesen Fohlen auf keinen Fall passieren. Nicht unter meiner Aufsicht. Alles wird gut. Ich war nicht ganz dezent so viel, Steffi. Oh, Gott. Versuch dich zu entspannen. Du schaffst das. Du musst einfach nur ganz viel trinken. Dann geht es dir bald wieder besser. So ist gut. Du machst das toll. Und weil du so ein tapferes Mädchen bist, erzähl ich dir eine Geschichte. So. Also, es war einmal ein wunderschöner von der Warnaschuhlen am Ende. Dann nehme ich diesmal diesen Glitzer von NYX. Das ist die Elf Violet. Nennt die sich. Und mein Pigmente-Spargel. Hört sich da gut an. Mein Handrücken. Hallo, Luzi. Hört sich da gut an. Puh. Wir haben es wohl überstanden. Ich habe nicht ganz schön um dich gesagt. Oh. Bella, sag Cheese. Cheese. Und, wie geht es dir? Schon viel besser. Das ist ja wunderbar. Jetzt übernehmen wir die Schüttel. Du hältst die Flasche immer noch nicht ganz richtig, Papst. Ach, nein. Ich meine es nicht böse. Es ist nur... Ich zeig's dir nochmal. So geht das. Wenn die... Ganz ruhig. Das Schlimmste hat sie doch schon überstanden. Aber nur dank mir, Papst. Ich kenne sie nur mal am besten. Und ich sorge dafür, dass sie nicht nochmal krank wird. Und, wie geht es dir? Jetzt weiß ich doch nicht, ob ich jetzt eher aussehe wie Clone Ferdinand oder ob man das so lassen kann. Das ist jetzt schon wieder was, wo ich die Befürchtung habe, dass das zu dunkel ist. Wo ist der Deckel? Der Deckel ist weg. So sieht das jetzt aus. Ich kenne mich hier wieder nicht aus. Wo ist mein weißer Kajal? Liegt der vor meiner Nase? Ach, da hinten. Nehmen wir den. Bella, nun wird nicht mehr Zeit in Anstieg, als ich dachte. Aber ich kriege trotzdem beides hin. Sie hat einen Namen? Ja. Sie sollte doch erst mal keinen kriegen. Das war nur deine Meinung. Bella wäre fast gestorben und jetzt geht es ihr wieder besser. Sie hat einen Namen verdient. Da passiert doch nichts. Wie auch immer, ich kümmere mich sofort um die Herkunft zwischen den Versprungen. Ist schon gut, wenn sie. Bianca erledigt es jetzt. Oh. Oh, die Herkunftsverschichten sind mein Job. Das ist eine Dorstek-Mutter-Tochter-Tradition. Oh, wir werden doch mal sehen, wenn sie zuerst fertig hat. So. Oder ich. Oh. Nein, blöde, webe. Also ich glaube fast, dass das Blaue da oben nicht dazu passt. nehme ich mir jetzt den weißen Mascara, wollte ich gerade sagen. Lidschatten. Und blende da doch ein bisschen aus. Alles in Ordnung mit dir? Ich bin nur etwas müde. Ich glaube, du leidest unter Schraubentzug. Dein Vater und ich machen uns Sorgen. Hm. Es geht mir gut, Mama. Du steckst zu viel Zeit und zu viele Emotionen in Bellas Aufzucht. Ich mache nur das, was nötig ist. Ich weiß. Du hättest dich wie eine Jüngung, Mutter. Aber du kannst sie nicht ganz alleine und um die Uhr füttern, Schätzchen. Doch, das kann ich. Ich stehe inzwischen den Vertrauen. Aha. Und wie läuft das bisher? Du musst seit Tagen nicht mehr auf Dixi oder Penny gereden. Du trainierst deine Pferde mit und vernachlässigst deine häuslichen Pflichten. So. Ich nehme einfach mal Eyeliner. Vielleicht hebt der da ein bisschen auf. Und versuche mir jetzt einen Eyeliner zu ziehen. Das mache ich aber alleine. Ah. Ich habe noch nicht viel gemacht. Außer hier nochmal ein bisschen Blau drunter. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Aber die Hühner draußen haben Action. Weil irgendwie gefällt mir der Türkis dann doch nicht und Ich weiß gar nicht. Also ich meine, ich habe ja heute das Gefühl, heute ist nicht mein Tag. Der Lidstrich dick wie ein Balken. Die Farben weiß ich auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass das so anstrengend sein kann. Oh, ich habe den Nix Nix Jumbo Liner Pencil auf die Wasserlinie gemacht. Hör ich Jumbo Ja. Wir machen erstmal. Ich bin mir noch nicht sicher. Jetzt muss ich noch reinhauen. Jetzt sagt die Kamera mir auch noch, dass sie leer gehen will. Ja. Ich bin mir Oh, Gold, Gold. Ja, ich bin sauer. Du bist blau? Ja, guck. Und meine Hände. Auch nicht machen. Ich muss mal gucken, was die Hühner haben. Keine Ahnung, was die holen. Weil die da am Gackern und am Schreien sind. Ich muss mal gucken, was die Hühner haben. Jetzt schildert er eine Tür. Ach gut, ich bin so halb geschminkt an der Tür. Aber so ist es halt nochmal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben wir das auch. Wo haben wir denn hier mein Mattpuder? Nein, aber du wusstest, dass Trine sich verletzen könnte und es war mir egal. Mit dieser Einstellung hätten Zoe und Chloe Horst dann fast ruhigiert. Wisst ihr noch? Ja, klar, Seth. Ich meine, nein, Seth. Entzähl mal. Jetzt muss ich mich auch noch beeilen. Also immer diese Akkuladerei ganz schlimm. So, jetzt versuche ich meine Augenbrauen hinzukriegen. Zum Morgen hast du ihn erscheint. Weil er verliebt wurde. Auf Dienstag. Oh Mann. Ich glaube, wir haben ja ein ziemliches Verständnisproblem. Das kannst du aber sagen. Hab ich ja, aber lass mich jetzt schlafen. Millie, es muss was passieren. Zum Beispiel? Es wird Zeit, dass Horstland im 21. Jahrhundert ankommt. Was meinst du? Komm heute Mittag zum Stall und du wirst das sehen. Danke, dass ihr gekommen seid. Um was geht es eigentlich? Habt ihr schon gemerkt, dass es immer schwierig ist, zu wissen, was wann und wo auf Horstland los ist? Ja, das stimmt. Und dagegen müssen wir etwas tun. Und wie soll das aussehen? Das Zauberwort heißt Kommunikation. Wir werden in das 21. Jahrhundert antreten. Wir werden eine... So, Augenrohr 1. Und wie soll die aussehen? Wir machen einen Terminplan, auf dem jeder Zugrupp hat und stellen täglich Neuigkeiten über Horstland ins Netz. Das ist eine gute Idee, Molly. Und wir machen unsere eigenen Videos. Ich bin dabei. Und den Tagesplan drucken wir aus. Den kann ich Angela mitnehmen. Was haltet ihr denn von Comics? Und vielleicht einen Blog mit Willis Pferde-Tipps. Ja, das könnte ich wohl. Und sogar Sicherheits-Tipps für die Nutzung des Internets. Genau. Die meisten Stabilien und unerwissig immer jetzt schon nicht haben. Und das ist nicht mehr als persönliche Information, die man preisgeben darf. Herr, Herr, woran warten wir? Oh. Ah! Wegen der Brustbrinde werden wir für den weisjährigen Geländerin die östliche Ökonomie verliebt. Aber so kann ich auch schweinen. Ich verfasse ein Artikel über den Parcours am Horstland. Ich sage, heute ist nicht mein Tag. Ich sage, heute ist nicht mein Tag. Jetzt muss ich mir doch mal eben ein Pinselchen schnappen. Wo ist mein Concealer? Sehe ich denn vor lauter Bäume den Wald nicht mehr? Wenn du die Steigbügel zu lang hängen lässt, ist es schwieriger, dein Pferd mit den Beinen zu kontrollieren. Es ist weg. Wo ist denn meine Augen durch? Da liegt vor mir und sagt nichts. Es ist schwieriger, dein Pferd mit den Beinen zu kontrollieren. Doch. Also tu das nicht. Ja, super, Willi. Wo ist unser Video? Da ist das. So, korrigiert. Ich werde noch zum Elch. Was ist das nicht da? Naja, Augenbrauen reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Ist denn jetzt alles weg hier? Da. Mein Alverde-Blush. Oder etwa nicht? Es ist immer für uns. Da habt ihr was falsch verstanden. Auf der Webseite sollen Informationen über Horstland zu finden sein. Ja, ja. Zum Beispiel Neuigkeiten vom Reiterhof. Also, wir können das machen. Ja, wir machen Neuigkeiten vom Reiterhof. Dann lasst uns die neuen von heute Morgen besprechen. Ich bin sehr gespannt. Wo sollen wir die Neuigkeiten denn herkriegen? Nichts leichter als das. Ich dachte immer wieder, nicht mein Tag. Aber ich glaube, auch den muss es geben, ne? Zu schade, dass hier in der Gegend kein Einzelnen sagt. Denke ich mal ganz einfach. Ja, Filmstars interessieren mich. Und weißt du, dass hier einer lebt gleich um die Ecke? Und? Catrice Claire. Nie gehört. Ja, ja, sie ist kein richtiger Filmstar. Aber sie war Massenbildnerin bei einem Werbefilm. Das ist fast so gut wie ein Star. Richtig. Wer hat gewusst, dass eine der einflussreichsten Frauen der Filmbranche ganz in der Nähe von Horstland wohnt? Eine der bedeutendsten Hollywood-Kersönlichkeiten, um ihr Privatleben zu schützen. So, machen wir noch Philippen. Machen wir noch ein knalliges Pink. Wenn schon bunt. Und wer ist diese Frau? Wie heißt sie eigentlich? Nein, richtig, oder? Ja. Wir mussten ihr versprechen, niemandem zu sagen, wer sie ist. Also, ich hab da so eine Ahnung, wer sie ist. Hast du? Lucy de Carlo, richtig? Du sagst es. Lucy de Carlo. Nee, das geht. Zeigt ihr uns, wo sie lebt? Äh, tut uns leid, aber dafür erinnere ich mich. Sehe nicht ein. Der Schutz der Privatsphäre. Ihr beide seid eutige Entfüllungsjournalisten. Und euer nächster Bericht. Ihr werdet überrascht sein. Ja, deine Story ist wahnsinniger Dramatik. Jetzt macht es mal nicht so spannend. Was meinst du? Sollen wir... Das entscheidest du. Okay, also... Aufsatzweise. Es geht um einen Bären, den wir ganz in der Nähe gesehen haben. Genau, ein Bären. Und zwar erst heute Morgen bringen wir... Ich weiß noch nicht so wirklich, ob mir das steht. Oh, das könnt ihr dann in die Kommentare reinschreiben. Ob das überhaupt zusammenpasst. Das könnt ihr mir mal schreiben. Wenn irgendwo da draußen eine Bärenmutter ihr Junges sucht. Und die kann in ihrem Beschützer ins Ding sehr gefährlich werden. Wo habt ihr das Bären gesehen? Naja, also wir haben es nicht wirklich gesehen, da wir... Das war oben in den Bergen. Mal sehen, ob ich ihn finde. Und hier begleitet Willi mit der Kamera und nimmt das alles auf. Das tut mir leid, aber... Pepper kränkelt ein bisschen. Ja, und ich bin mit meiner Arbeit im Rückstand. Du weißt, für die Webseite. Dann übernehme ich das. Und die Bären-Story ist zu wichtig. Bleib morgen früh. Wir warten, soweit es hell wird. Keine Angst, Molly. Wenn du wett bist, kümmern wir uns um die Webseite. Du kannst dich auf uns verlassen. Ja, dann lass uns mal hoffen, dass wir den kleinen Tisch... Ich hab die Kamera. Also, was wird denn morgiger Aufmacher? So. Das muss ein richtiger Kerler werden. Das wäre mit dem Waldbrand. Welcher Waldbrand? Der, der mit allischer Geschwindigkeit auf Moslem zurast. Was? Oho! Dann hier. Das wäre ein voller Aufmacher. Ja, wenn... So. Irgendwann hat das ja. So, jetzt erschrecke ich euch ein bisschen. Ja, so sieht, äh, mein Schminkie von heute aus. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob das zu mir passt oder nicht. Wobei, äh, it's hard work, ne? Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ich kannnze von wegen... Vielen Dank.